Bevor das neue Format FragSensesTV anfängt, nur noch eine kleine Mitteilung. Also, FragSensesTV kommt jetzt wöchentlich einmal. Ihr könnt uns unten in den Kommentaren, egal in welchem Video, Fragen stellen und wir werden sie beantworten. Aber, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr sowas wie hier hinten das neue Projekt von unserem Streaming-Setup unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne bei uns Mitglied werden auf dem Kanal. Da gibt es drei verschiedene Stufen, könnt ihr gerne mal unten reingucken. Und, ähm, alle Mitglieder von uns, die sehen wöchentlich zwei Videos FragSensesTV. Also, wenn ihr noch mehr von uns privat erfahren wollt und uns gerne halt unterstützen wollt, wie gesagt, bei solchen Projekten wie das, hoffentlich gefällt es euch auch so im Hintergrund, ähm, dann unterstützt uns gerne und viel Spaß bei dem Video von uns. So, willkommen zu dem neuen Format FragSensesTV. Und zwar ist es die heutige Folge, was für Serien schaue ich momentan? So, was für Serien schaue ich momentan? Ich gucke momentan nur Netflix-Serien, weil Mandalorian ist ja durch. Von daher gucke ich momentan Outdoor Banks und Better Call Saul. Welche Serie schaue ich gerade? Aktuell schaue ich Game of Thrones auf Sky Ticket, damit ich das Video für Wieso Game of Thrones die beste Serie aller Zeiten ist, produzieren kann. Damit ich, damit ich so ein bisschen im Game of Thrones Fieber bin, wenn ich dieses Video dazu produziere. Dann Attack on Titan. Das feiere ich so ein bisschen aktuell. Bin so wieder, bin wieder halt im Attack on Titan Fieber. Und schaue es gerade von vorne nochmal zum vierten Mal oder so. Und Black Lagoon auf Netflix. Auch eine mega Serie. Also wenn ihr auf eine Piraten-Action-Drama-Comedy-Serie steht, dann Black Lagoon. Mega unterhaltsam. Sind nur drei Staffeln auf Netflix, soweit ich weiß. Und die sind perfekt zum Binge-Watchen aktuell. Und ist eine mega Serie. Kann ich nur empfehlen. Und ansonsten schaue ich gerade nichts. Also nur diese drei Serien und das war's. Und das war's.